Boah, es ist kalt hier, wie im Kühlschrank. Guten Tag. Hallo. Morgen. Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Nein, das war ich wieder. Das ist heute der Michael Schumacher, ja? Ah, fahren Sie mal vernünftig hier. Das ist heute der Michael Schumacher, der ist jetzt ein Geschehen. Das ist hier. Rasse voll, wir haben sich echt schon mal, ja? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Können Sie die Heizung bitte anmachen? Hallo Hallo Und Tag Hallo Können Sie ein bisschen heizen hier? Guten Morgen Hallo 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 Hier friert man sich ja halb tot drin Halt 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 Sein Gott, der fährt ja da, das ist ja auch unglaublich. Da hast du wahrscheinlich gewonnen. Aber fahrt es mal vernünftig hier. Kann ich bitte ausschreiten, mir gefällt ihr Fahrstil gar nicht. Es ist ganz schön kalt hier. Hallo. 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 Die Fahrschule ist ja nichts dagegen. Die Fahrschule ist ja nichts dagegen. Die Fahrschule ist ja nichts dagegen. Jetzt sagen wir, können sie nicht mal anständig fahren? Ich will hier raus. Mann, wo haben sie denn ihren Führerschein gemacht? Junge Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Bis zum nächsten Mal. Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Hallo. Hallo. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an. Lassen Sie mich raus. Das geht aber gar nicht. Ach, sieht die Tür auf. Ich will aussteigen. Das ist ja Körperverletzung. Kann ich bitte aussteigen? Ich will sofort aussteigen. Das ist ja unmöglich, wie Sie fahren. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an. Das geht aber gar nicht. Erste Stunde Fahrschule ist ja nicht. Ich will sofort aussteigen. Es ist ja unmöglich, wie Sie fahren. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an. Lassen Sie mich raus. Das geht aber gar nicht. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Das geht ja mal gar nicht. Machen Sie den Schül an, aussteigen. Machen Sie den Schül auf. Ich will hier raus. Machen Sie den Schül auf, aussteigen. Das ist ja Körperverletzung. Ich will sofort steigen und mir gefällt Ihr Fahrstil gar nicht. Ich will sofort aussteigen. Es ist ja auch unmöglich, wie Sie fahren. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Ich bin aber gar nicht. Was ist das denn? 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 schlechten Faustreffen. Die fahren aber schnell. Morgen. Hallo. Hallo. Sie fahren aber schlecht. Die erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen. Wenn sie nicht vorsichtig aufhauen. Die Uhr ist hier. Die Uhr ist wieder aufhauen. Die Uhr ist hier. Die Uhr ist hier. Die Uhr steigst mich hier aus. Die Uhr steigst mich. Was haben Sie denn fahren gelernt? Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Hallo. Hallo. Machen Sie die Tür auf, ich will raussteigen, das ist ja Körperverletzung. Das ist ja lebensgefährlich, ich will sofort aussteigen. Das ist ja heute, das ist ja sehr schön. Das ist ja lebensgefährlich, wir möchten sofort aussteigen. Das ist ja lebensgefährlich. 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 Hallo. Guten Morgen. Ja. 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 Oh, den schlechten Fahrstil. Oh, den schlechten Fahrstil.